egal ich habe das chatting eingegeben um geht es nicht also leute wir checken jetzt eure setups ab wir checken eure setups werden jetzt eure setups ab leute wir checken eure setups ab nächster von finn also bei finn finde ich schon nice mit hier ganz viel rgb und so finde ich nice das mousepad mit dem led schau anime hau rein das mousepad mit dem led finde ich nice wer ich weiß aber was es kostet wäre mir persönlich zu teuer werden wir persönlich zu teuer zwei bildschirme cool kabelmanagement sieht auch in ordnung aus die leds da oben sind cool da hinten auch leds sieht ähnlich aus wie bei mir so finde ich ziemlich fresh ich denke das kann man auf jeden weg oder so finde ich sehr clean finde ich sehr nice hier let's go geil finn sehr schön mein setup von flying fox okay die hat er halt gehabt und hat die schön gemacht und da vorne hin cool überall led oben dran sehr cool der schreibtisch sehr spartanisch aber erfüllt sein zweck gaming stuhl auch am start nice laptop mit zweitmonitor und der bruder spielt auf jeden fall das ein oder andere rennspiel hat mit lenkrad und pedalen wenn ihm das gefällt geil also passt für mich klar er hätte das licht jetzt ausmachen können weil es dunkel ist sehen die leds safe nicer aus bis da oben am himmel also an der decke sieht geil aus und dieses l für legend ist natürlich auf jeden fall heißt es legend alle uns einig oder oh janni haut hier was hey janni das ist deins also ich weiß dass das echt ist jan hier ich weiß nicht ob sie da ist vip bei uns alter einfach hier mit krasser kamera noch hier so ein tablet ding zwei monitore das große elgato stream deck gaming stuhl laptop pc headset mikrofon und dann am on us oh geil aufgeräumt geht eigentlich ich denke von der kameraperspektive passt bestimmt mir würden da jetzt ein paar leds fehlen elium und philip herzlich kommt bei chins danke für die vorderung schön dass ihr mit dabei seid dank für euch 19 cool ich glaube sie hat noch mehr bilder geschickt ja ja nice auf jeden fall okay das mit den tasten checke ich jetzt nicht dann matthias matthias hat auf jeden fall sehr sehr dicken pluspunkt sehr dicken pluspunkt hat mein stream auf kuss moin leon so heißt es doch oder naja bin erst seit kurzem bei fall dein stream ist aber richtig ich küsse dein herz danke fürs support schön dass du da bist man also drei monitore nice für mich persönlich würde ich einen monitor mit einer halterung über den anderen machen aber passt er hat immerhin mousepad okay auch viel sehen wir nicht leds leds fehlen halt wieder twitch alles design ah ja ok i gotcha verstanden jetzt ganze chat hate it wegen white mode okay ja true habt ihr recht habt ihr recht chat bin ich bei euch bin ich bei euch und leds fehlen auch ich meine leds kosten 20 euro bei drei bildschirmen okay ich glaube hier chat könnt ihr mir vorstellen wir sind im puff cover ihr habt ein ihr habt will geht ihr oder ihr 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 ihr